Herzlich Willkommen zu UniWien Broadcast. Ich befinde mich im Hauptgebäude der Universität Wien und heute wollen wir eine Station mit dem Audioguide aufsuchen. Die Universität Wien ist groß. Wir werden daran gemessen, wie viel verwertbare Informationen wir produzieren pro Jahr. ... die ich hier an der Universität zur Bonne-Nouvelle-Trois in Paris gelegt habe. ... ...